Das Papier Der Drachen Leider war das Papier nass. Das Holz Es war die schlechteste Idee. Schlechteste Der bunte Drachen war cool, aber konnte nicht fliegen. Ich denke, dass die Anweisungen falsch waren. Anweisungen Wir haben nichts verstanden. Verstanden Nichts Ich denke, dass der Roboter uns verstanden hat. Wir konnten kein Holz finden. Aber sie haben nichts verstanden. Das Wetter war schlechter am Nachmittag. Schlechter Wegen dem schlechten Wetter ist der Drachen nicht geflogen. Wegen der schlechten Wetter ist Wegen dem schlechten Wetter ist der Drachen nicht geflogen. Wegen dem schlechten Wetter ist Wegen dem schlechten Wetter ist der Drachen nicht geflogen. Warum hast du die Anweisungen nicht verstanden? Anweisungen verstanden Decke Pferde Kekse Holz Heiß Mein Drachen war bunter als dein Drachen. Der Drachen war schön und bunt. Drachen Drachen Wir haben nichts verstanden. Verstanden Verstanden Wir haben nichts verstanden. Verstanden ur Verstanden cold Drachen Verstanden Wir haben hustet er